Ich kann ja damit aufhören. Hier, eine tagesaktuelle Analyse des Immobilienmarktes. Und die Zahlen sind sehr konservativ gerechnet. Was sonst? Mit dem Verkauf könnte sich die Lahnsteinbank tatsächlich erholen. Tja, ich weiß nicht so recht, solange die Wirtschaftskrise andauert. Ich wollte dich bloß informieren. Nach deiner Meinung hat dich nicht gefragt. Oh, ich meine ja bloß, ich würde mich nicht wundern, wenn wir noch den einen oder anderen Geschäftsbereich verkaufen müssten. Wir werden alles dafür tun, um das Bestehen des Unternehmens zu sichern. Und zwar mit allen Geschäftsbereichen. Tja, das wäre natürlich in der Tat wünschenswert. Wünschenswert? Wünschenswert wäre gewesen, du hättest dein Ressort im Griff gehabt. Diese Andeutung von Ansgar. Es sieht danach aus, als will er sämtliche Geschäftssparten loswerden. Wenn er den Verkauf von LCL fordert, dann gibt es Tote. Darauf wird es aber hinauslaufen. Und wer bleibt am Ende übrig? Er. Als Geschäftsführer der Bank. Er macht sich diese Krise zunutze. Aber wir können es nicht beweisen. Kommen Sie rein. Ich habe alle notwendigen Informationen zusammengestellt, voila. Mit diesem Dossier sollte unser Mann bestens gerüstet sein. Und Sie sind sich sicher, dass Ansgar diesen Gerrit Friedrich nicht persönlich kennt? Das wäre höchst unwahrscheinlich. Friedrich hat in Harvard studiert und war danach jahrelang in Mailand. Bis vor kurzem war er in Tokio tätig. Und Sie sind sich sicher, dass Ihr Freund diese Aufgabe gewachsen ist? Absolut. Abgesehen von seinem Schauspiel-Talent hat er einige Semester BWL studiert. Dann ist er also eine verkrachte Existenz. Machen Sie Feierabend. Dir wird deine gute Laune schon noch vergehen. Unser Lockvogel ist gerade eingetroffen. So, die Jungmann-Bank wird uns also hilfreich unter die Arme greifen. Entschuldigen Sie meine Neugier, aber... ...dringt sich mir natürlich die Frage nach dem... Nicht schlecht, ihr Brille. Die Aufnahmen sind viel deutlicher. Die Launstein-Bank steht für Tradition und Verlässlichkeit. Und von diesem Image würden wir gerne profitieren. Sehr weibzend. Dürfte ich mal wissen, woher Ihre Informationen im Büro unsere angeblichen Schwierigkeiten brauchen. Ich hoffe, er hat das Dossier gut studiert. Launstein Enterprises verkauft sein Immobiliengeschäft. Da werden zwangsläufig Gerüchte laut. Und worauf ist? Sagen Sie, Herr Friedrich, sind wir uns schon mal irgendwo begegnet? Sagen Sie, Herr Friedrich, vielleicht über einen Kongress? Sagen Sie, das würde mich wundern. Ich war vorher auf den internationalen Finanzmärkten tätig, hauptsächlich in Asien. Aber meine Frau, sie hatte Heimweh. Ah, verstehe. Ja, sehen Sie, deswegen bin ich geschehen, aber glücklich. Wirklich? Gut, Ihr Freund. Ja, ich werde Ihr Angebot selbstverständlich prüfen. Aber damit wir uns gleich richtig verstehen, ich habe selbstverständlich nie offiziell bestätigt, dass die Launstein-Bank in irgendwelchen Schwierigkeiten steckt. Auf den ersten Blick allerdings ein ziemlich interessantes Angebot. Was meinen Sie, was er jetzt tun wird? Er wird das Angebot ablehnen und damit den Beweis liefern, dass er nicht wirklich an einer Beendigung der Krise interessiert ist. Dann hoffe ich, dass wir uns einig werden. Selbstverständlich kann ich Entscheidungen in dieser Tragweite erst treffen, nachdem ich mich mit meiner Familie beraten habe. Aber, McBaseur ist Anwalt, ich schreibe Ihnen gerade mal eine Nachricht, dass ich ihn gleich treffen möchte. Aber es scheint so, als er aber wirklich mit Sebastian über das Angebot sprechen will. Das würde mich wundern. Mein Instinkt sagt mir, er hat angebissen. Ja, was ist denn noch? Gute Frage. Graf Lahnstein, was verschafft mir das zweifelhafte Vergnügen? Können Sie sich das nicht denken? Sie werden es mir sicher gleich erklären. Sagt Ihnen der Name Wladimir Kosloff, was? Nee, gehört. Mittelloser Schauspieler habe ich gerade noch getroffen. Da hieß er allerdings noch Gerrit Friedrich. Hm, interessant. Ja, und wissen Sie, es ist faszinierend. Und diesen Gerrit Friedrich gibt es nämlich tatsächlich, ich finde sogar, wenn Sie mal schauen wollen, die beiden sehen sich sogar ein bisschen ähnlich. Naja, vielleicht nur auf den ersten Blick. Das Foto von Kosloff habe ich übrigens während unseres Treffens gemacht. Ich schicke ihm vielleicht gerade mal eine Nachricht. Und dabei kam der Typ mir die ganze Zeit so bekannt vor. Ich wusste nur nicht vorher. Und was hat das Ganze mit mir zu tun? Wissen Sie, es ist faszinierend, was man mit diesen Programmen zur Gesichtserkennung alles rausfinden kann. Zum Beispiel, dass dieser Kosloff ganz offensichtlich ein alter Schulfreund Ihres merkwürdigen Assistenten ist. Wie heißt der noch? Malchow? Naja, und wie gesagt, eben mittelloser Schauspieler hat vor zwei Jahren mal in einem Werbespot für Katzenfutter mitgespielt. Kittys Leimspeise. Aber das haben Sie natürlich nicht mitgekriegten Ihre Zelle in Südamerika. Dieser Punkt geht an Sie. Wissen Sie, ich verstehe nur nicht ganz, was Sie mit diesem Theater bezweckt haben. Sie wollen Ihre Bandenkrise für sich nutzen und meine Modefirma loswerden. Aber das werde ich nicht einfach so kampflos mit ansehen. Ich versuche hier gerade, mit allen Mitteln mein Familienerbe zu retten. Wer Ihnen das abnimmt. Seien Sie mal ganz vorsichtig. Sonst kann ich auf den Gedankenkommel jetzt tatsächlich mal genauer anzuschauen. Es hat keine Stunde gedauert, bis Ansgar von Lahnstein in meinem Büro stand und mir von ihrem russischen Schulfreund erzählt hat. Aber das kann nicht sein. Es war doch alles so gut. Vorbereitet? Wie können Sie denn jemanden engagieren, der in einem Werbespot mitgespielt hat? Das wusste ich gar nicht. In welchem denn? Sie sind gefeuert. Fristlos! Aber... Raus! Ach, man findet gutes Personal heutzutage nicht so leicht. Ich dachte eigentlich immer, du bist zufrieden mit ihm. Ansgar ist nicht in die Falle getappt, weil mein ehemaliger Assistent diesen Stümper engagiert hat. Weiß Ansgar, dass wir ihn abhören? Nein. Davon gehe ich aus. Irgendwann will er einen Fehler machen. Falls es einen Fehler zu machen gibt. Ah. Vielleicht hat Ansgar diesmal gar keine Hintergedanken und er handelt wie ein ganz normaler Geschäftsmann, der seine Bank retten will. Der und keine Hintergedanken. Ach komm. So oder so, er kann uns nichts anhaben. Er muss dem Gremium alle Geldbewegungen offenlegen. Clarissa, ehrlich gesagt, ich glaube, es ist Zeitverschwendung, sich rund um die Uhr Ansgars Körpergeräusche, Arien oder dumme Sprüche anzuhören. Außerdem spätestens jetzt wird er vorsichtig sein. Aber bitte, wenn du deine Zeit vergeuden willst. Tag Schmidt, Ansgar von Lahnstein hier. Haben Sie schon eine Idee, wo wir die Einnahmen vom Verkauf der Immobiliensparte hinstecken? Mir wäre am liebsten, wenn Sie ein neues Loch erfinden. Erfinden? Ja, so wie Sie das andere Geld auch zur Seite geschafft haben. Sie sind doch der Wirtschaftsprüfer. Ich habe die Krise erschaffen und jetzt müssen wir Sie eben am Laufen halten. Was ist alles umsonst? Ja, lassen Sie sich was einfallen. Es gibt gar keine Krise.